Ja, willkommen zurück zu Dragon Age Orangens. Ja, im letzten Part, da waren wir ja noch erst hier in der Hütte drin und haben da uns ein bisschen umgeschaut. Dann sind wir hier rausgegangen und Alistar hatte gedacht gehabt, wir wären tot. Aber er war sehr froh, dass wir es nicht sind, dass wir am Leben sind. Und ja, dann haben wir ja ein sehr langes Gespräch mit Flemis hier gehabt. Und ja, da ich noch nicht lange ja grauer Wächter bin, weiß ich natürlich nicht, wie es jetzt weitergehen sollte. Eigentlich müsste ich losziehen, um meinen Bruder zu holen oder zumindest zu finden. Aber da wir die letzten zwei grauen Wächter im Moment sind, ist wohl unsere Aufgabe jetzt halt Ferelden zu einigen. Und dafür haben wir ja hier die alten Verträge. Wo wir verschiedene Gruppen, sage ich mal, oder Rassen auffordern können, können, dass sie uns bei der Verderbnis helfen. Weil diese Verträge verpflichtet die Gruppen, uns zu helfen. Und ja, wir können uns auch auf das Konstruktionsrecht oder wie es heißt, berufen. Also, wenn wir jemanden finden würden, könnten wir den auch notgedrungen rekrutieren. Aber, äh, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Alistair will nicht das alleine machen. Weil eigentlich ist er ja der Dienstältere, sprich, er ist schon deutlich länger bei den grauen Wächtern als ich. Also, er müsste schon besser Bescheid wissen. Aber er will es halt nicht alleine tun, also müssen wir wohl oder übel mit. Ja, und, ähm, Flemis kann uns nur eine Sache, äh, bei Behelf, behilflich sein, indem sie hier ihre Tochter Morrigan uns jetzt an die Backe geklatscht hat. Also, wir haben jetzt Morrigan mit dabei. Äh, ja, und die werde ich halt dank der Mod, die ich habe, kann ich die, kann ich sie, äh, komplett so skillen, wie ich sie haben will. Ähm, sonst, äh, weil, was sie hat, ja, kann man, also zumindest ich, andere haben bestimmt sie gut einsetzen können. Aber ich werde sie, äh, erst mal anders, etwas anders skillen. Aber erst mal müssen wir jetzt noch ein bisschen, äh, Flemis aushorchen. Ihr seid noch hier? Ja. Ich hoffe, ihr erwartet nicht auch noch eine warme Mahlzeit. Oh, warum nicht? Schmeckt bestimmt sehr prickelnd. Äh. Ähm. Ich ziehe es vor, hier zu bleiben. Wenn ich bedenke, was mir die Welt angetan hat, habe ich vielleicht ohnehin schon zu viel getan. Und was hat die Welt, äh, euch angetan? Das geht nur mich und die Welt etwas an. Ihr habt andere Dinge zu erledigen. Aber ich gehöre doch auch zur Welt. Aber ihr seid, ihr seid viel mächtiger als wir. Es ist keine Frage der Macht. In Gan Thadis hat keine einzige Person genug Macht, um sich einer Verderbnis entgegenzustellen. Wäre das der Fall, wäre es wirklich ein Witz, euch beide auf diese Mission zu schicken. Viel wichtiger ist, dass ihr beide graue Wächter seid. Eure Aufgabe ist es, das Land zu vereinen, seine Einwohner zu inspirieren und sie dazu zu bringen, ihre belanglose Politik hinter sich zu lassen und sich dem Erzdämon entgegenzustellen. Und darin seid ihr deutlich mächtiger als ich. Ich bin nur eine alte Frau, die die Welt schon lange vergessen hat. Nichts weiter. Äh, könntet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Fragen über Fragen? Ja. Man möchte meinen, ein grauer Wächter sei mehr an Taten interessiert. Könnt ihr mir etwas über eure Magie erzählen? Warum? Ihr seid keine Magierin. Es genügt, dass ich mein Wissen an Morrigan weitergegeben habe. Und sie gebe ich an euch weiter. Wie ein abgetragenes Kleid oder ein altes Paar Schuhe. Seid ihr immer noch hier? Hm. Ihr könnt euch wohl nicht von mir trennen. Nee, noch nicht. Wie lange lebt ihr schon in der Wildnis? Schon seit der Zeit, als ich noch nicht so alt und faltig war. Ha. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen. Aber auch ich war einmal so jung und so schön wie Morrigan heute. Äh, ja. Damals verzierten sich die Männer nach Flemeth. Und manche haben sogar für sie getötet. Ihr seid darüber nicht glücklich zu sein. Äh, ihr scheint darüber nicht glücklich zu sein. Nein, bin ich nicht. Und ich war es auch damals nicht. Es hat mein weiteres Leben bestimmt. Aber genug jetzt. Ihr müsst eure Aufgabe erfüllen. Was werdet ihr tun, wenn ihr... äh, wenn wir weg sind? Ich werde endlich einen Moment der Ruhe genießen können. Es heißt im Grab. Hätte man für immer seine Ruhe. Das ist also der Dank dafür, dass ich dich gefüttert und es so lange mit dir ausgehalten habe? Pah, ich hoffe, dein Kind behandelt dich eines Tages genauso. Sie behauptet, sie hätte mich gefüttert. Ich bin mir sicher, dass sie ohne mich in einem Monat vor Dreck nur so steht und vor Hunger die Rinde von den Bäumen kratzt. Habt ihr einen Rat für mich? Bezüglich der dunklen Brut? Ähm... Bezüglich allem, um ehrlich zu sein. Dann habe ich Folgendes für euch. Ich lache über eine Welt voller dummer Menschen, die das Böse der Verderbnis ignorieren und ihre Wachsamkeit aufgeben, um sterblichen Zielen nachzujagen. Vergesst nicht, dass es an euch ist, die Verderbnis zu vernichten. Betet nicht dafür, dass jemand anderes es tut. Es wird euch immer verfolgen. Ich habe keine Fragen mehr. Dann sind wir fertig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich würde gerne etwas essen. Ihr seid noch hier? Ich hoffe, ihr erwartet nicht auch noch eine warme Mahlzeit. Mal sehen, kommt noch was? Fragen über Fragen. Man möchte meinen, ein grauer Wächter sei mehr an Taten interessiert. Okay. Dann sind wir fertig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet... Ja. Ich würde gerne etwas essen. So, dann skillen wir jetzt Morrigan. Ja, vom Grundspiel her, ohne Mods, hätte sie jetzt hier Formenwandler, sprich sie könnte sich in unterschiedliche Tierarten, sage ich mal, nach und nach verwandeln. Aber ehrlich gesagt habe ich diese Fähigkeiten, als ich noch nicht die Mod hatte, eigentlich nie benutzt, weil ich auch Morrigan nie aktiv so an sich gespielt habe. Ähm, deswegen, ähm, ich hätte sie lieber als Geistheiler, ja, später werde ich ihr dann aber ihren Formenwandler geben. Ähm, aber sie kriegt auf jeden Fall jetzt Geistheiler. Ähm, ja, so. Und dann machen wir wieder zwei da, eins da. Zwei, eins, 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 sagen vier stück dann kriegt sie auf jeden fall drei schon mal hier rein und sie wird ja geben wir ihr das heute kunde weil wir brauchen das auch wir brauchen zwar auch gift für noch quests aber das kriegt noch jemand anders ja dann haben wir über alles da haben wir jetzt schon den fallenbau jetzt haben wir die kräuterkunde die nächste die dazu person die dazu stoßen wird kriegt dann ihr gift dann hätten wir das abgesichert dass wir die also gift fallenbau und kräuterkunde haben so dann auf jeden fall neun stück dann kriegt sie auf jeden fall die schon mal dann kriegt sie ein da dann kann sie damit sie angreifen kann dann kriegst du hier ein da ein und dann kriegt sie noch das rein so okay ja spielen und jetzt taktiken da brauchen wir auch noch nichts weiter ls da ist verteidiger verhalten aggressiv glaube ich so standard machen wir ihn aggressiv dann auch aggressiv dann auch aggressiv dann auch aggressiv so dann morgen ist teiler dann geben wir ihr auf jeden fall jetzt die anweisung wenn selbst meine ausdauer kleiner ist als 10 dann soll sie gegenstand benutzen und zwar erst mal schwachen lyriumstrank und hier können wir dann äh wenn äh wenn gegner machen wir beliebig eisige umarmung so die kriegt nach und nach mehr taktiken da werde ich das dann ähm auch dementsprechend erweitern so und sie ist dann äh fernwaffe damit sie halt nicht direkt ins getümmel rein sich begibt okay okay ähm gut dann hätten wir das alles eingestellt gut so dann wollen wir mal äh losziehen morrigan sagt ja jetzt nichts weiter es ist zeit die wildnis zu verlassen meint ihr nicht auch jaja ist ja gut dann jaja speicher die speicher betrachtet es als erledigt so weltkarte ähm ja dann können wir jetzt nach losering so und ihr seht hier äh so ein schwarzes gebiet das heißt da ist schon die dunkle brut äh zugange ja und das wird sich nach und nach halt äh ändern jetzt war das hier lang genug eingeblendet äh ihr könnt euch das dann in ruhe noch durchlesen macht dann halt dementsprechend auf pause das war jetzt halt begriff wegen der weltkarte so dann gehen wir nach losering und ich erwarte dass jeder diese männer bereitstellt wir müssen wieder aufbauen was wir in ostagar verloren haben und zwar rasch so mancher würde unsere derzeitige schwäche ausnutzen wenn wir es zuließen wir müssen die dunkle brut aufhalten aber das muss überlegt und ohne zögern erfolgen eure lordschaft darf ich sprechen ihr habt euch zu königinnen noras regenten erklärt und verlangt dass wir zu unserem besten gemeinsam unter eurem banner kämpfen was war mit der verlorenen armee bei ostagar euer rückzug war ein wahrhaft glücklicher zufall mein handeln diente stets der sicherung von fereldes unabhängigkeit ich habe meine pflicht nicht vernachlässigt und das dulde ich auch von niemandem das benauen wird sich euch nicht beugen nur weil ihr es verlangt so hört ich werde keine bedrohung dieses landes dulden von euch nicht von niemandem ben tegan bitte eure majestät euer vater riskiert einen bürgerkrieg wenn ihm ein hier wäre ben tegan mein vater tut das beste hat er auch für euren gatten das beste getan eure majestät aufwachen die herren wir haben hier weitere reisende die unserer aufmerksamkeit bedürfen ich würde sagen die hübsche dort ist ihre anführerin sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen vielleicht sollten wir sie passieren lassen unsinn seid gegrüßt reisende wegelagerer ich nehme an sie plündern die die vor der dunklen brut fliehen sie sind verrückt sich uns in den weg zu stellen ich erteile ihnen eine lektion ich bitte euch ist das eine angemessene art der begrüßung es kostet euch nur lumpige zehn silberlinge dann könnt ihr weiter ziehen wie es euch beliebt ähm ihr solltet auf euren freund hören wir sind keine flüchtlinge was habe ich dir gesagt keine wagen und die hier scheint bewaffnet zu sein der wegzoll gilt für jeden hanrik deshalb nennt man es wegzoll und nicht sagen wir mal flüchtlings abgabe ich verstehe selbst wenn ihr kein flüchtling seid müsst ihr dennoch bezahlen dann seid ihr also zoll eintreiber ganz genau zur instandhaltung des kaiserlichen hochwegs er ist nicht in allerbesten zustand oder was meint ihr ihr repariert den hochweg das kann ich mir nicht vorstellen euch entgeht wirklich nichts es ist nicht wirklich ein wegzoll wir rauben euch einfach nur aus versteht ihr halt den mund selbst ein genlock hätte das kapiert äh so viel geld habe ich nicht und wenn ich euch das nicht abnehme wie lösen wir diese missliche lage äh wir versuchen mal äh ihn einzuschüchtern wollt ihr wirklich gegen einen grauen wächter kämpfen hat sie gesagt sie sei ein grauer wächter eine von denen die den könig getötet haben es heißt sie sein verräter an ferelden terren logane hat ein beachtliches kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt aber sind die grauen wächter nicht gut ich meine richtig gut gut genug um einen könig zu töten da hast du nicht ganz unrecht vergessen wir den wegzoll wir überlassen euch einfach dem was ihr so tut die dunkle brut bekämpfen könige töten ähm äh jetzt probieren wir mal äh unser überreden äh wisst ihr die grauen wächter können eine spende vertragen was ihr nicht sagt die sind wirklich gut boss vergisst das nicht gut in ordnung wie wärs mit 20 silberlingen das ist alles was wir heute gesammelt haben äh das ist eine großzügige Spende vielen dank dann nehmt es ähm genießt euren Aufenthalt in Lothering und so so ähm so ähm so jetzt haben wir nochmal ein paar Quests dazu bekommen und ein paar Informationen so ähm wie es dann weiter geht wir sind hier höchstwahrscheinlich noch nicht ganz fertig weil die ja hier noch schönartig rumstehen äh ja aber das machen wir dann im nächsten Part ähm ähm äh schön dass du dabei warst schön wenn du es auch äh wärst wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest äh wenn wir uns halt hier weiter um die Herren vielleicht kümmern und dann auf jeden Fall äh wie wir Lothering betreten mal sehen was dann auf uns alles zukommt ich wünsche dir einen schönen Tag einen schönen Abend viel Spaß und bis dennne dann tschüss bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020